dominante grüße ein podcast von lady penelope in dieser podcast episode zeige ich dir wie ich es schaffen kann dich dauerhaft geil zu halten kannst du dich noch daran erinnern wie du das erste mal in deinem leben masturbiert hast weißt du noch wie du deinen körper langsam entdeckt hast und dich dann plötzlich das gefühl das orgasmus einfach überrollt hat ich verspreche dir danach wolltest du das immer wieder und immer wieder umso jünger der mann umso höher das verlangen ja jeden tag vielleicht sogar mehrmals abzuspritzen der orgasmus ist irgendwie das wichtigste bei der ganzen sexualität er wird doch immer so über alles andere gestellt also das wichtigste beim sex ist es die frau zum orgasmus zu bringen das wichtigste ist der orgasmus es geht überall um orgasmus geh mal in so eine in so einen zeitschriftladen und guck dir an was die schlagzeilen sind in der boulevard presse in den frauenzeitschriften in den männerzeitschriften es geht so oft um den höhepunkt ich möchte dir heute mal eine andere form der sexualität nahe legen und zwar das dauergeil gehalten werden du kennst vielleicht diesen punkt wenn du das gefühl hast okay gleich komme ich dieser bereich davor dieser punkt heißt point of no return das ist der punkt an dem du merkst okay ich komme gleich es dauert nicht mehr lange stell dir vor du könntest diese erregung die du kurz vorm orgasmus hast die ja mindestens genauso schön ist wie der orgasmus selbst jeden tag erleben je nach ausprägung vielleicht über wochen hinweg stell dir das mal vor wie würde das dein leben verändern wenn es plötzlich nicht mehr nur um den höhepunkt geht ein höhepunkt ist toll ein orgasmus ist wunderschön die hormone die da ausgeschüttet werden tun jedem menschen gut das ist gar keine frage aber stell dir vor du könntest dieses gefühl dieser erregung in deinem alltag immer präsent haben es begleitet dich überall hin wie würde das dein leben verändern ich kann es dir sagen denn ich liebe dieses dauergeil gehalten werden mit so vielen sklaven in meinem alltag aus und bin immer wieder überrascht wie sich ihr leben dadurch verbessert also gestern hatte ich eine session mit einem sklaven der war so euphorisch und happy als würde er gleich abheben und das einfach nur dadurch dass ihn jemand verstanden hat und ihm das erste mal in seinem leben das gegeben hat was er wirklich braucht weil mal jemand zugehört hat und verstanden hat was für ihn erregend ist und was er gerne in seinem alltag präsent haben möchte nun ist es in unserem leben nun mal nicht so dass wir jeden tag die schönsten gefühle erleben können sonst wären diese gefühle halt auch irgendwann mal wieder langweilig aber dieses kleine stückchen glück das viele sonst nur aus einer realerziehung kennen kann in der online erziehung jeden tag für eine gewisse zeit sein ich glaube dass dieses gefühl des dauergeil gehalten werden um einiges schöner und erfüllender ist als wenn du dir viermal am tag einen runter holst zu irgendwelchen langweiligen pornos die du sowieso schon überall gesehen hast und es ist immer dasselbe es ist immer das gleiche du bestimmst darüber wann du kommen darfst du bestimmst darüber wann du es machst wie du es machst wie lange es du es machst es ist immer dasselbe du bestimmst darüber stell dir vor du kannst deine ganze sexualität deine erregung in die hände von jemand anderem legen in die hände von jemandem der viel mehr über sexualität weiß bei mir ist das nun mal so ich bin sexualtherapeutin ich habe medizin studiert ich kenne den menschlichen körper sehr gut und ich kenne auch die psychologischen aspekte die eine domina mitbringen muss und das führt dazu dass ich dich auf eine ganz spezielle und andere art erregen kann und dich in den wahnsinn treiben kann bis zu einem bestimmten punkt es sollte natürlich noch gesund sein oder dir gut tun wenn du wirklich an nichts anderes mehr denken kannst als ans wichsen und die arbeit dir kaum noch von der hand geht ist das schon so ein punkt an dem man vielleicht mal kurz eine pause einlegen sollte und dann beim nächsten mal über diesen punkt ein paar tage länger hinaus spielen kann für jeden mann bedeutet dauergeil gehalten werden etwas anderes wenn du beispielsweise auf feminisierung stehst kann das für dich bedeuten dass du deinen penis nicht mehr einsetzen darfst und der ab sofort klitoris heißt dass du nur noch weibliche orgasmen also anale orgasmen erleben darfst wenn du auf keuschhaltung stehst kann es bedeuten dass du besonders oft im käfig geteast wirst also erregt wirst oder dass du vielleicht im käfig porno schauen musst oder dass du es kommt immer darauf an was du persönlich geil findest es gibt menschen die finden es mega schmerzen ertragen zu müssen für die herren es gibt menschen die finden es mega geil keusch gehalten zu werden und so muss man immer individuell schauen was für dich persönlich diese art und weise der dauergeil haltung bedeutet mach dir darüber doch mal gedanken was kann das für dich bedeuten wie kannst du das im alltag integrieren wie kannst du es schaffen dass du deine sexualität jeden tag ein bisschen ausleben kannst anstatt einmal die woche ganz schnell wie kannst du es schaffen dass du ein bestimmtes level hältst und nicht davon runter kommst wie kannst du verschiedene wix techniken beispielsweise einsetzen oder spiele um deine erregung mal anders zu erleben denn klar du steckst in diesem körper seit x jahren aber du hast noch nie dein volles potenzial komplett ausgeschöpft wichtig beim dauergeil gehalten werden ist auch zu beachten dass sexualität erregung nicht in deinem penis entsteht oder in deinen eiern in deiner prostata sondern in deinem kopf das größte sexualorgan des menschen ist sein gehirn deine fantasie ist der schlüssel zu allem was du dir wünschst in deinem kopf fängt es an ob du dir dinge erlaubst ob du dich schlecht danach fühlst ob du dich selbst deswegen ablehnst und auch ob du dir das selbst erlaubst ob du dir jetzt erlaubst mich anzuschreiben und es einfach auszuprobieren und zu schauen was dauergeil gehalten zu werden für dich bedeutet für dich als individuum was du jetzt gerade brauchst und was du nicht brauchst ich fände es geil wenn wir das zusammen rausfinden könnten denn ich liebe es meine sklaven über wochen hinweg geil zu halten und ihnen zu zeigen dass viel mehr möglich ist als sie sich vorstellen können wenn du lust hast das auszuprobieren mit jemandem der sich wirklich damit auskennt Sklaven geil zu halten dann bewirb dich doch einfach kostenlos auf www.lady-penelope.com und danach ruft dich meine Assistentin die Maria an und ihr schaut gemeinsam ob und wie wir dir helfen können wenn du ein geeigneter Kandidat bist sprechen wir beide im kostenlosen Beratungsgespräch vor der Webcam miteinander wie wir genau deine Fantasien wahr werden lassen können und dich über Wochen hinweg geil halten Dominante Grüße Lady Penelope